so freunde wir spielen heute mal den neuen modus john wick ist an sich ganz geil aber solo ist schon echt belastend wenn du gut unterwegs bist in solo dann jagen dich so viele leute zu krass wirklich so ein ding ist das mal gucken was heute drin ist auf gut glück let's go let's go dritter 16 coins haben wir glaube ich ne ich weiß nicht ob das gut ist schlecht oh Wow! Wow, Alter! Habe ich, habe ich, habe ich! Ich muss ja nehmen, stumm, Freunde. Hallo? Ah, warte mal, wir können mit ihm sprechen. Ist doch viel cooler. Sprechst du Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Du? Ja, ich spreche auch Deutsch. Nice. Ich bin nicht so gut. Alles gut. Das ist meine erste Runde. Meine auch. Ziemensweise meine zweite. Wie alt bist du? Elf. Wie lange spielst du auf Fortnite? Season 2. Season 2. Warum bist du dann noch nicht so gut? Das ist meine erste Runde. Also. Die erste Runde ist immer die beste. Das kommt auch nichts von mir. Hm. Wenn du einen genockt hast, kann ich den dann mit der Pistole verwischen. Kannst du machen, ne? Für Aufgabe, ne? Ja. Aber spielst du? Bis wieder. Du? Auf Xbox. Warte, ich kann dir ja eine Freundschaftsanfrage schicken. Dann können wir ja gleich nochmal eine Runde spielen, wenn du möchtest. Wenn wir dann gewinnen? Keine Ahnung. Gibt's hier eigentlich eine tiefere Stufe als blau? Als was? Als Waffen. Als blau. Gibt's hier eine tiefere Stufe als blau? Ich glaube nicht. Hä? Nummer 1 ist ganz weit hinten. Jetzt wieder. Okay, guck jetzt wo Nummer 1 ist. Oh, Nummer 1 ist hier hinten. Wann wir zu Nummer 1 rücken? Lass nach der... äh, lass Loot Lake. Zu denen. Warte, ich schieß mal an, dann denken wir, wenn wir noch den Loot überhaupt geiern. Die Falten da, oder? Äh, ja. Hab er niedergeschrieben? Äh, wo ist der? Da oben? Kann ich ihn probieren? Ja, der ist oben. Finishing. Noch einen sogar. Boah. Guck mal hier, Loot drop. Nice. Was? Ja. 316 schon. Äh, hier sind noch irgendwo welche. Ich hab grad was abbaugen gehört. Wo genau? Hier hinten, glaub ich. Was ist das? Und es ist eine... Ein Infanträger. Ah, hier. Ah, hier. Da... Da vorne sind noch welche. Was? Was? Warte, wann wir zu Berlin rücken? Nee, lass den laufen lieber. Okay, das könnte der zum Abfall nutzen. Ja, ist besser. Uh. Wer hat jetzt auch nen Jump-Hit benutzt? Ein Jump-Hit? Nein. Und Jump-Hit Power 1! Ah, ist leckt! Hab ihn! Ehre! Ha, kein... Kein Problem. Wie viele Kills? Alle haben schon Kills, außer ich. Ich hab vier Stück. Woher kommst du? Aus Deutschland? Ähm, ja. Ich komm auch aus dem Einzelhaus. Wo wohnst du? In Nordrhein-Westfalen. Ich auch. Wo wohnst du? In Nordrhein-Westfalen. Wo genau? Äh, Kreis Gütersloh. Ah. Kenn ich auch. Ist ganz in der Nähe. Ja, hier ist ein Chest. Nice. Oh! Ich hab Falsche haben bekommen. Warte mal. Warte mal. Witz hier. Irgendwas zu hier. Nein, aber... Hm. Was... Für was entscheide ich mich? Für das hier? Für den Pull das? Wo bist du? Ah, einer belebt mich schon. Ehrenmann. Dir geholfen? Ja. Ja. Boah, wie viele Punkte du hast. Ich könnte nur mal zwei versuchen zu töten. Können wir machen, ja. Einmal. Das war so kackig. Ah, ich brauche Rift. Ansonsten sterbe ich wieder in der Zone. Äh, ja. Warte, ich... Ich fliege im Tunnel. Ich brauche aber nichts. Ah, Nummer zwei wird wahrscheinlich sterben. Das ist mal so eine... Ja, die Situation. Ja, du bissl. Nein. Nein, der ist jetzt auch da. Wieso? Ah, der ist hier. Oh, von der Seite. Woher kommt er denn? Ja, da heult der gerade? Nein. Oh, wir haben uns gegenseitig, glaube ich, gekillt. Kannst du mich wiederbeleben? Nein, ich bin da. Ah, okay. Ich bin jetzt auch da. Ich hoffe, der da oben stimmt auch. Ja, der ist doch schon gestorben. Echt? Zu den Typen? Ja, jetzt wird der rasiert, Alter. Der denkt sich auch nur so. Leute, 80 Goldmarken gesichert. Nice. Oh shit, ich bin Nummer zwei. Zack. Allah. Nein, jetzt haben die hier ihre 80 Punkte, ne? Jetzt haben die 80 Punkte. Jetzt haben die 172 Punkte. Oh mein. Nein. Ich habe beide gekillt. Oh, jetzt haben wir die ganzen Punkte. Ja, Mann. Jetzt sind wir auf Platz zwei. Nein. Ist da noch einer? Nein, ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich erwarte, da ist noch einer. Unter mir ist noch einer. Unter mir ist noch einer. Unter mir ist noch einer. Genau unter dir. Im Haus. Im Häuschen. Ah, ja. Hab ihn. Nice. Hast du Boister für mich? Ähm, nein. Oh, hast du Rift noch? Nein, das müsste ich benutzen. Ich habe nie noch brennt, was ich habe hier. Oh, ich habe 172 Punkte. Ich bleibe jetzt die ganze Zeit bei dir. Ah, von wo? Hab ich? Oh, du kriegst du ein bisschen Wut ab? Ich brauche auf jeden Fall Wurst. Ja, du Smiper. Und da ist auch noch einer. Ganz in der Nähe von unserem Kollegen. Und jetzt. Ah, hinter. Bei mir, bei mir, bei mir. Ich sehe ihn. Ich habe ihn gesehen. Ja, okay. hat der Team mit gleich. Oh Gott. Und der Team. Ich bin. Ja, was soll ich machen? Nö, was? Ich habe ihn doch als S gekillt, oder nicht? Warte, das ist jetzt Nummer eins, ne? Hä, wie soll ich nicht? Wie soll ich nicht? Wie soll ich nicht? Ich glaube, du bist schon öfters gestorben, ne? Oh, ich glaube, das ist so scheiße. Okay, ich habe jetzt eh keinen Boss auf mehr. Das ist ein bisschen belastend. Ja, easy. Ja. Nummer eins. Dann fehlen dir nur noch ein paar Punkte, ne? Du hast halt jetzt 60. Keine Ahnung, wo du die... Ach so, ne. Der hatte ja 56. Okay. Habe ich... Ah! Der Runde ist leider vorbei. Dritter. Ja, kann ich machen. Hau rein, bis später. Ja, ich gehe jetzt offline. Alles klar, hau rein. Hau rein. Ah, Freunde, geil, immer so random zu treffen. Ah, witzig. Sie sind geistig behindert.